So, next. Wieso zwei Stealing Detailant? Wir sind wieder in Freiheit und jetzt haben wir gesehen, da gibt es ein Diamantenmuseum und den wollen wir jetzt klauen. Okay, die Frage ist, wie wir das machen? Einbrechen mit Krach und mit Gewalt oder schleichen wir rein? Auf geht's. Mit Karacho. Äh, vorbeigefahren. Nein. Nur reingerammt. Woah, uh, we got a breach headed towards the medieval section. Uh, roger that, work and engage over. Äh, Schulz. Aber ein Volkler mit. Ja, das ist ein Ende. Äh, oder auch nicht. Ja. 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 Und zwei Sterne bei der Polizei. Oh nein, Johnny. Von Blase hat uns gerettet. Oh je. Oh nein. Nein. Fail. Sir, place your hands where I can see them. Pfff. Wir sind gekommen. Und da ist unser Diamant. Ein Tudor und Scooter. Nice. Ähm. Wir wollen aber noch mal. Wir wollen aber noch mal. Ganz so vorne. Ah ja, ja. Wir versuchen es mal. Da haben wir noch nicht erst ausprobiert. Jetzt. Jump. Okay. Jetzt versuchen wir mal reinzuschleichen. Das ist ganz vorsichtig. So, jetzt haben wir Sprengschuhe. Eine Antigravitätsmütze. Der klassische alte Teleporter. Eine Schrumpfkrone. Eine Pickaxe. Ehm. 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 Ja. Sweet flippen. Und die Gravitationskappe. Oh oh. Da klingst nicht mehr aus. Der gute von Zähnepondu, das hat schon nicht gut geklappt. was diesmal hat der Teleporter geklappt oder was? ok Invisibility für Faltenpunch Trennen für die Kuleser und eine Penny natürlich Top-Wire Wormhole Weifel wir lassen es uns einfach feiern das ist richtig, dass es funktioniert nein, natürlich nicht ok, das Kabel als ob das geklappt hat Laserkretter, Hammer es hat geklappt manchmal sind die leichtesten Wege noch die richtigen Kanone, Käse oder Planke erstmal Käse Kanone Autsch Da ist die Planke ok ja 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 Da haben wir es nicht weit geschafft. Nackenblechen. Doch nicht uns, der Wache. Die Waffe klauen. Die Diamanten werfen. Arme Wache. Da haben wir ein Wetzelsender freigeschaltet. Das ist ein Luxusender. Wir sind gut entkommen und geben die Diamanten für viel Geld aus. Und wir können uns viel leisten. So, nehmen wir alternativfähige. Erstmal den hier. Hier müssen wir Sachen machen. Ganze. Natürlich nicht. Das Schild hat hier schon geklappt. Der Monkstern. Okay. Das Schild war das Richtige. So kommen wir durch. Das hatten wir glaube ich schon. Das hatten wir noch nicht. So. Zwei von drei haben wir hier. Hier gibt es noch einen Weg. Hier gibt es noch einen Weg. Und wir durchfallen. Ah ja. Und jetzt hier nachdem wir entkommen sind mit dem Diamanten. Hier haben wir noch eine Möglichkeit. Erschossen zu werden. Ja. Hier. Blümschrauber. Sticky-Dings. Das war nicht. Ah ja. Wir sind jetzt hier. Ja, okay, einen Ende haben wir noch nicht. Aber das hatten wir schon. Nichts machen. Ja, okay, dann haben wir hier einen links, den wir nicht ausprobiert haben. Ah, der Teleporter, der geklappt hat, deswegen schwinge ich weg. Schufkanone. Oh nein, ein riesen Wurm. Er wurde von dem Fluch vergewaltigt. Äh, was? Spitzhacker und eigentlich haben wir hier noch mehrere Wege. Spitzhacker. Oh, ein Creeper. Verzämmt. Hä, Creeper da hier. Oh, wir sind drin. Ähm, Bomber. Ah, das war aber nichts. Das war aber nichts. Ich habe nur, ich habe nur... ... ein Flugzeug. Oh, ich muss jemanden warnen. Ah, und weiter geht's. Durch gerannt. Okay, hier haben wir verschiedene Sachen. Aiden. Oh, hier liegt eine Setaflöte. Aiden. Also, ein Aiden, ein Pokeball, ein Mario-Pilz oder ganz langweilig. Sprecheisen. Oh, das ist ein Face-Krabben. Gut, ähm, Mario. Oh nein. Die neue. 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 Äh, Sir? Ihr wollt euch das mal schauen. Ich bekomme Chaos-Räteungen. 10.6. Sie kommt vom Museum. Oh mein Gott. Es ist über 9. Ja, ich lasse diese Entscheidung für euch, Kurt. Es ist über 9. Es ist nur ein bisschen mehr erwartet. Wer schaut TV? Geh zurück zu arbeiten! Okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, Prozent, äh... Atomschlag, Satellit oder Zahnrad. Du kannst doch. Ein Taschenrechner. Und die drei Dreißig. Die alte, drei Dreißig. Siemtreschiefertig. Durch null. Luftschlag! Die Nuke wird eingesetzt. Okay. Geil! Elfmann Luftschlagern gerundet. Zahnrad. Riesenroboter. Als ob das geklappt hat. Das ganze Museum wird kommen. Also. Und da ist dann jemand. Fantastisch. Ein weiteres Ending. Oha. Und weitere Wege vergeschaltet. Wir wollten doch nur hier. Der Flüssigmacher. Wir haben ja gelesen und akzeptiert. Das war nichts. Wunderflüssig gemacht. Ne. Wir machen erst mal den Weg fertig. Danach kommen wir zu dem. Wir haben es auch noch fantastisch. Den Penny haben wir gemacht. Das andere haben wir noch nicht. Einmal schießen. Okay. Falk Punch. Das war aber nichts. Unsichtbarer Herzpiller. Okay. Ja. Dann müssen wir. Dann nehmen wir. Dann nehmen wir. Dann nehmen wir. Die Penny. Und rein mit uns. So. Ich habe das noch nicht probiert. Das Wurmloch. Wurmloch. Keine Ahnung. Brotelgun. Oh nein. Wir haben das unendliche Loch. Was soll ich hier? Laser Cutter. Autsch. So geht gerade. Okay. Jetzt haben wir das glaube ich. Ja. Wir haben alle den gemacht. Wenn ich nichts übersehen habe. Hier. Die Gun haben wir noch nicht versucht. Das ist natürlich ein Museumsscan. Geht von Sencio. Geht von Sencio. Das wäre jokig. Okay. Haben wir noch ein Ending. Ach ein paar Pforten. Ich kann mich entscheiden. Bombe. Flugzeug. Ich weiß nicht. Was soll ich tun? Ja. Ich weiß nicht. Was von der richtige Weg ist. Was davon helfen könnte. Was könnte das, was könnte, was könnte, was könnte, was könnte, was könnte, was? Okay. Den Weg sind wir noch nicht gegangen. Müssen wir warten, bis eingeschlafen ist. Das hat natürlich nicht geklappt. Okay, hier. Ein Pugwall. Fantastisch. Ein wildes Wächterteam erscheint. Wilder Wächter setzt sich selbst ein. Missing Nu. Ich habe mich durchquashed. Ja. So, Alien. Das ist doch Metroid, oder? Oh nein. Hab ich nie gespielt. So, hier, die letzten Daten haben wir noch nicht ausprobiert. Satelliten. Super, dieser Strahl. Alles klar. Das Ending fand ich am schönsten. Machen wir das nochmal. Jemand. So, da sind wir erfolgreich entkommen. Und stehen in einem luxuriösen Winter mit einem luxuriösen Schipf. Können wir es leisten, was wir wollen. Von dem teuren Diamanten. Wir sind die giakusin. In der Mitte. So, bis. Okay, ich würde mich jetzt auchin. Untertitelung des ZDF, 2020